oh gott oh gott oh gott c hallo und herzlich willkommen zum neuen let's play mit captain rilyok ich habe eben schon mal ich habe ich habe eben schon mal hier eins von denen was schiff was ich immer noch suche dieses schiff hier jn nutzer kit man 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 und ich bevor ich gestartet habe habe ich das schiff schon mal hier landen sehen und aber ich weiß nicht in welcher klasse ich habe das ich habe das verpeilt ich habe gedacht ja sonst wird schon starten mit der mit dem let's play im morgengrauen kommen die ja meistens die die schiffe ja aber ich hatte wir waren ja hier haben wir zuletzt aufgehört und ich habe habe ja eine idee noch oder kommt ist da kommt das ne jedoch nicht der hat aber auch so eine flügel man 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 es ist es ist ein drama also meine idee war navigations daten zu zu kaufen auf der handel auf der raumstation und dann zu suchen nach einem gestrandeten schiff vielleicht haben wir da glück und dann könnt ihr das auch mal sehen wie das wie das so ist ja wenn jemand dieses schiff gefunden hat ihr habt ihr die tele portal koordinaten zu diesem system populous und vielleicht findet das ja einer vor mir das wäre so mega cool und schreibt mir das dass er das hier gesehen hat also sehen tut man die 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 schiffe hier aber ob dieses in dieses schiff was ich suche auch in es hier spawnt muss ja eigentlich sonst würde man es ja nicht sehen oder oder gibt es ab ihr da schon erfahrung gibt es das auch dass man dass es in es in einem anderen system ist obwohl man es schon in einem anderen sieht immer wieder es ist es ist wahnsinn ja gut alles klar dann ziehen wir mal wieder los war auch ein schönes wochenende ich habe die sonne schön genossen das war ja toll endlich war schönes warmes wetter so 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 okay ab und sei wie immer Zack, ab zur Raumstation. Zack, und dann kaufen wir uns Notfallsignaldaten. Uiuiuiuiuiui. Pupopuli, Pupopuli, Pupopuli. Zack. So, es bleibt spannend. Pupopuli, Pupopuli. Ich bin immer, das geht euch bestimmt auch so, immer läuft man auf die falsche Seite. Immer wieder. Man weiß einfach nicht, man muss sich das mal merken, links und rechts. So, Navigationsdaten. Zack. Ich möchte ziflische Karten kaufen. So, und jetzt kaufen wir uns Handelsdaten. Ach, die kaufen wir uns vielleicht auch nochmal. Vielleicht gibt er da ja noch andere Handelsdaten aus. Alien-Daten, das haben wir in den letzten Folgen mit den Portal-Koordinaten, in der Folge, da haben wir das Portal gefunden. Und dazu brauchen wir diese kartographischen Alien-Daten. Notfalldaten. Das könnt ihr euch dann nochmal angucken. Planeten-Siedlungskarten. Das sind diese Siedlung, wo ist denn da Handelsdaten? Hier. Notfalldaten. Notfalldaten. Ups. Oh, wie viel? Ah, so wie ich das Spiel kenne und mein Glück da manchmal. Naja, ich habe auch sehr viel Glück gehabt, das muss man schon sagen. O, 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 blau. C. Fuckin Scheiße. Also wie gesagt, das Schiff ist das Schiff unserer Träume. Oh Mann, in S bitte schön. Nicht in C, B oder A. In S. Mann. Tja, das gibt es doch nicht. Ob ich hier noch mal ein bisschen, ob ich denn noch mal ein Let's Play mache, wo wir mal richtig auf der Raumstation warten. Dann haben wir ja auch schon die Handelsposten, CIMIO, da wo ihr landen werdet. Vielleicht findet ihr das da ja. Also das wäre echt cool.